Die Schumann-Resonanz Ist das der Grund, warum sich Colonel Ressler nicht an den ganzen Schumann-Resonanz-Eintrag erinnern kann? Und wenn das stimmt, dann sind das vielleicht die Daten, nach denen die Aliens suchen? Exakt. Vorsicht! Aliens sind auf dem Weg! Die Schumann-Resonanz Ressler, alter Freund. Weißt du zufällig, wo dieser Lolli ist oder was genau er tut? Das haben sie mir nie gesagt. Mir auch nicht. Aber dann wiederum kenne ich nicht viele Aliens. Das ist eine schlecht untermauerte Theorie, Fletcher. Vielleicht, aber es ist alles, was wir haben. Sakkara, wie warst du so, als du gelebt hast? Ich lebe jetzt. KIs sind nicht wirklich... egal. Wie warst du so, bevor du hochgeladen wurdest? Ich könnte detaillierte Angaben machen. Aber ist das wirklich wichtig? Nicht notwendigerweise. Ich versuche nur, mich mit dir zu unterhalten. Und warum? Ähm, eine gute Frage. Wir haben einen Kern zurück. Wir haben einen Kern zurück. Wir haben eine gute Idee. Gruhungen auf! End brutalotta! Wir haben einen Kern. Wir haben einen Kern noch herausge�ר, sich herauszuführen. Wir haben einen Kern. Ich mach euch. Oder wir versuchen, wir wirklich. Ich mache dir. Wir machen einfach nicht. Wir löten habe das開始. Ich hab heute einen Klapp haircut hier요. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, einer der Kerne ist wieder da. Gott sei Dank hat es einen Kern zurückgeschafft. Es gibt kein schöneres Gefühl, als einen Kern wieder zurück im sicheren Turm zu wissen. Der Kerne ist wieder da. Dieser Kern ist wieder sicher. Der Kerne ist wieder da. Der Kerne ist wieder da. Es gibt kein schöneres Gefühl, als einen Kern wieder zurück im sicheren Turm zu wissen. Der Kerne ist wieder da. 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 zusammenstecken und uns über die Himbeer-Referenz und die Schumann-Resonanz Gedanken machen. Zekara, irgendwelche Vorschläge? Ich habe noch nie davon gehört und ich bin mir nicht sicher, ob wir darauf Zeit verschwenden sollten, wenn es noch so viel zu tun gibt. Du glaubst, ich bin verrückt geworden? Ich glaube, du solltest dich konzentrieren. Ich bin sehr konzentriert. Frag den Commander. Ich denke, dann sollten wir unsere Energie darauf richten, nach Tekat zu gelangen. Deine Heimatwelt? Wir haben viele Wissenschaftler und Gelehrte, die uns dabei helfen können, eine wirksame Verteidigung gegen die Aliens zu erstellen. Daran habe ich gearbeitet, als ich entführt wurde. Wir können sogar Fletcher bei seiner Untersuchung der Himbeeren-Resonanz-Theorie helfen. Daran glaubst du doch nicht wirklich, oder? Warum nicht? Commander, mit deiner Erlaubnis, lass uns weiterziehen. Die Erlaubnis, der Erlaubnis, werden Sie nach Tekat zu gelangen. Sie hat Dich-Dich-Dich-Technik mit einer Kitchen-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich. Vielen Dank.